guten tag meine damen und herren hier eine neue folge ja mit dem wieso natürlich let's play clash of clans und wir sind ja beim road to army lager level 8 dass ich da halt wirklich noch eine million brauche im elix bereich und ich hoffe mal dass ich das hier noch klar machen kann wenn ich in der folge dann in der nächsten das ist auch die sind nicht gemächt die sind nicht gemächt das weiß ich selbst aber das ist natürlich verlockend wenn man da sagt ich probiere mal vorsichtig mit den bogies wie 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 sagt man hier oben im norden das wäre ja sünde gewesen wenn man es nicht mitgenommen hätte jetzt mal echt ich meine klar ja hat wallis am start okay die kann ich aber denke ich mal noch so ein bisschen austricksen dann bin ich sehr sehr froh dass ich nicht die queen verwendet habe und natürlich jetzt wieder schön breit gefächert die bogies hier droppen dass die valkyre mit ihrem flächenschaden dann nicht so krass ran kann und weg ist die valkyre einwandfrei dann können wir eventuell noch den bohrer auch abzapfen oder dann mit der queen von hier hinten das ist schon nett das ist okay da kann man jetzt nicht so meckern 1 5 zack aber das ist schon okay ich meine dafür dass ich halt wirklich nicht nicht wirklich viel machen musste und nicht viel nicht wirklich viel ausgegeben habe ist das finde ich schon echt in ordnung in cr ziehe ich nichts mehr nur klump ja 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 wie gesagt also cr scheint sich ja wirklich so als rage spiel des jahrhunderts herausgestellt zu haben wie viele halten sagen alter ich deinstalliere das jetzt also ganz ehrlich man ist natürlich auch bei clash of clans teilweise so ein bisschen abgerazert aber wie es teilweise wirklich bei cr ist ist ja richtig krank also das geht da schon richtig übel los würde ich mal sagen nett ist ist in ordnung ist wirklich in ordnung und die base ist halt nichts da 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 also von unten würde ich mal sagen nicht angreifen gucken wir mal was wir hier kriegen mal gucken ich kann halt nicht so viel klären ich muss halt wirklich schauen wo rennen meine sachen hin schade tesla mauer brecher zack noch mal mauer brecher dass ich halt hier wirklich bam ja genau vor mal vor magiaturm noch und jetzt habe ich schon so ein bisschen frei geräumt und dann haue ich hier noch mal zu dass die halt wirklich nicht draußen rum rennt und dort auch noch ragen will ich eigentlich nicht also ability den rage setze ich jetzt und da muss ich mir gar keine sorgen machen bei dem king das passt jetzt würde ich natürlich gerne hier ein bisschen schauen genau das ist super das finde ich gut dass du dich jetzt wieder um die verteidigung deiner heiler kümmerst das kommt dir und mir auch sehr gelegen ein und frei alter mädel krass also ich denke das muss ich irgendwie schon übertragen haben sage ich mal dass die halt gezählt haben nicht dass jetzt momentan gerade vier heiler hinter meiner queen stehen sondern dass ich halt schon eine gewisse anzahl gedroppt habe weil sonst hätte ich von zwei x bogen die ja nicht mal gemäxt sind nicht so krass auf den sack bekommen gerade townhall geht down jetzt gucken wir mal ich würde mal sagen ich haue hier noch hin ich glaube ich habe magier noch bekommen wenn ich nicht ganz falsch liege weil ich will den magiaturm hier weg haben genau weil die nämlich sonst auf dumme ideen kommt ganz genau schade habe ich verkackt wäre schön gewesen wenn genau stell dich direkt daneben und dann den magiaturm erst genau und jetzt gehst du außen rum ja ja da kriege ich sie jetzt auch nicht mehr rein das war nicht so schön aber ist okay ich habe beide gold also zwei gold lager von dreien und ich hätte gern natürlich das lx noch mitgenommen klar aber vielleicht ne obwohl die kriegt hier ziemlich auf den sack komm 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 hält die noch ein bisschen hoch na wenn sie die kanonen noch kriegen ah ich habe ja noch die ability ah habe ich vergessen aber gut so kann man das naja das ist ich hätte gerne mindestens ein lager hätte noch sein müssen aber was nicht ist ist nicht Er ist nicht komplett inaktiv deswegen würde ich sagen müsste es sich lohnen dass ich das townhall wegnehmen auch wenn der loot nicht exorbitant ist aber ich würde denken 20 von beidem würde ich jetzt mal sagen ungefähr 20k von beidem Ja das ist nett das ist richtig cool schön gebaut hat er es schön gebaut neun mauerbrecher habe ich zwar nur aber das sollte reichen droppe ich hier meine queen ne mache ich nicht ich droppe die hier das war jetzt mal ein bisschen sehr übertrieben aber das ist denke ich mal in ordnung der erfolg gibt mir recht und es waren auch nur sieben mauerbrecher ist jetzt nicht so episch das ist hier total krass zwei expos und eine tesla ist noch komplett zu vertragen aber wird weniger klar also das heißt die tesla muss weg genau mit zwei expos die auf eins sind geht es gerade noch so da wird es denke ich mal langsam mehr ich habe auch die ability nicht mehr sehe ich gerade die habe ich schon verfeuert das heißt dann bleibt mir nur noch der rage spell alter schießt die wieder weit ist wieder so eine sache wo man sie echt sagt wie bitte so wieder hoch geheilt ich glaube dass mir die tesla hier nicht zum verhängnis wird spamm ich hier draußen wirklich nochmal ein paar bogeys dann ist es wirklich wieder mehr was sozusagen wo ich wo ich nicht irgendwie hinter mir irgendwelche truppen habe die mir sozusagen die die helden wenn die helden die heiler kaputt machen können das habe ich nicht gerne dass ich irgendwie an irgendwelchen sachen vorbeigehe an irgendwelchen dev gebäuden die halt nicht komplett platt mache und dann da stehe queen ist hier deswegen geht es richtig zur sache gerade da musste der rage sitzen aber ansonsten gehe ich halt wirklich nicht gerne an irgendwelchen dev gebäuden vorbei die mir dann halt im nachhinein wirklich von hinten einen reingeben können so das sehe ich jetzt hier ganz easy ich gehe davon aus dass die jetzt hier an die lager und sowas noch rankommt zwei ah das ballert schon ganz schön und jetzt noch der bogeyturm geht gar nicht geht definitiv nicht also wirklich ihr müsst immer wissen was kann eure queen was kann sie und was hält sie halt wirklich aus man kann hier schon einiges zumuten ganz klar aber wenn ihr halt wirklich zu hoch pokert habt ihr wirklich verloren und müsst halt eine weile warten bis ihr dann wieder los spielen kann und das ist halt doof so jetzt würde ich gerne noch die das letzte lager sehen hier die mine wird garantiert noch down gehen dann die luft abwehr und dann könnte es sein also die luft ja luft abwehr jo läuft mäuschen zack einwand frei so wollte ich dass der gegner war low aber ich meine ganz ehrlich warum soll ich ein hardcore gegner angreifen wenn ich halt relativ kurze zeit danach ein low gegner kriege hier auch wieder ein gegner der ja relativ easy zu knacken ist klar und halt dafür dann die 200.000 bereithält im elix bereich die würde ich gerne haben 1 2 3 4 doch die nehme ich die nehme ich schon aber mit den mauerbrechern bin ich dann halt ein bisschen knauseriger und dann sollte das laufen die queen ist heute gerade nicht so gut drauf echt also schwächelt die verstehe ich echt gerade nicht so ganz dass sie halt relativ schnell down geht gucken wir mal hier dass wir hier von draußen sage ich jetzt mal noch was clean auf jeden fall und dass sie dann wieder sich dazu bekehrt und nach drinnen läuft weil hier draußen hat sie echt nichts zu suchen aber ich sag mal ability schon weg dann schon rage weg ist nicht so lustig ja hier noch kurz schnell zwei mauerbrecher gedroppt und die haben es geschafft genau das passt war ein bisschen viel finde ich also die hat ein bisschen sehr viel verloren so wenn der king dann endlich mal am magiatom da vorbei ist ah komm hier rage reingeballert ja innen drin ist natürlich cool dann noch das dunkle mitnehmen und dann soll das das schon gewesen sein ah der kämpft hier king gegen king genau jetzt nimm du dir noch schön dein dunkles mit king ist down passt reicht die 10.000 da die war mir jetzt egal somit habe ich die queen wenigstens wieder schön erreichbar und dann passt das beziehungsweise verfügbar jetzt können wir wieder weitermachen nebenbei habe ich noch gerade mal geschaut mir fehlen nur noch etwas unter 500k für den nächsten inferno was natürlich auch ziemlich geil ist also sprich nicht nur dass ich jetzt sage okay das armeelager soll dann irgendwann mal fertig sein sondern wenn natürlich gleich gold noch dazu kommt um den inferno fertig zu machen bin ich natürlich auch dabei ganz klar das ist geil das habe ich wieder mal erwartet beziehungsweise mir gewünscht und zwar hier die ist natürlich richtig voll die kriege ich aber auch mit ein paar bogies dann renne ich hier erstmal rum und dann ja wartet mal ich weiß nämlich dass ich riesen in der cb habe dann können wir da natürlich so ein bisschen ablenkungsmanöver starten zwei mauerbrecher passt das läuft ganz gut hier alter ich muss echt der queen momentan wirklich auf die finger gucken die arbeitet nicht so wie ich möchte weil die base ist gar nichts die base ist eine packung kot in der tasche kann keiner gebrauchen also das ist gerade hier echt null hier die queen vom gegner level 3 das ist nichts die muss weggenatzt werden guck mal die ist schon wieder so am rum krepeln oder was natürlich sein kann was ich jetzt wirklich ihr wisst es selber ich bin halt nicht so dieser oh ich muss jetzt unbedingt bei jedem update gucken was ist denn unbedingt verbessert worden und so weiter und so fort wisst ihr selber ich stehe halt öfter mal da wie aha ok das wurde gefixt hm ok wusste ich jetzt gerade nicht passiert mir öfter mache ich kein hehl draus ist halt einfach so es kann natürlich wirklich sein dass die äh die Verbesserung beziehungsweise nicht Verbesserung sondern äh der äh Grad der heilung bei den heilern halt wirklich weniger geworden ist das kann schon sein ja das könnte ganz gut passen ah schön tesla herzlichen dank schade hier das hätte sein müssen noch aber gut ok ist nun mal nicht anders ich habe zwar noch eine minute aber ganz ehrlich in den lagern ist auch noch ein bisschen was also der war nicht komplett äh komplett nur in den minen und sammlern ich könnte natürlich jetzt wiederum doch ganz ehrlich hier kommen hauen wir hier noch mal ein bisschen was oh doch das hat es gebracht auf jeden fall der eine earthquake der hat da noch mal gut was gebracht guckt mal hier es sind nur zwei kanonen und magiaturm und die würden mich nach und nach kalt machen das ist schon echt nicht so toll na schnell bevor die hier mir noch mehr ja aber das ist in ordnung passt das ist das was ich brauche ich habe sechs millionen geknackt richtig richtig nice weiter geht es auf jeden fall hier haben wir wieder einen gegner den wir angreifen werden Luftabwehren sind halt richtig hart die sind halt richtig richtig hart und die darf ich nicht nicht vernachlässigen auf jeden fall oder nicht außer acht lassen die hauen richtig gut rein wenn wir da erstmal in dem bereich sind dass die halt ja dass meine heiler in dem bereich sind dann habe ich ein problem so jetzt komm schnell hier ich will dass der king eigentlich noch rein rennt das wäre schon ziemlich ja genau geh da erstmal gegen die mauer läuft bei dir aber egal soll uns jetzt nicht stören was natürlich wirklich sein kann ist dass ich das halt wirklich merke dass ich das halt durch das ausreizen dieses oh ich darf das elix nicht verbrauchen kann das schon sein dass ich da jetzt die queen mehr unter druck setzte sage ich mal und die normalerweise halt nicht so in diesen grenzbereich gebracht hätte dass ich halt sonst immer gesagt hätte gut okay komm hier ich haue ein rage drauf ich haue ein rage drauf ich brauche ja nur das dunkle das kann schon gut sein jetzt muss die geraged werden nice to have auf jeden fall joo dunkles wird mitgenommen und das ist gut so ist es in ordnung bogeyturm ballert der der xbow ballert aber die sind halt eben auch schon in einem guten level dass ich sagen kann gut okay das ist berechtigt dass die da auf der schnauze bekommt aber wenn da irgendwie zwei kleine kanonen stehen dann wundere ich mich da schon so ein bisschen dass ich sage wie geht denn das ne schade schade da hätte dann der rage nicht mehr sein müssen ganz klar das war es erstmal zu der folge ich hoffe ihr hattet wieder spaß wir sind oh wir sind dem entfernen ganz ganz nahe gekommen das seht ihr dann höchstwahrscheinlich in der nächsten folge und dann hätten wir noch 500.000 die wir fürs armeelager brauchen das war's ich wünsche euch was ihr haut rein ciao ciao ja 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 ja